So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, ich bin wieder nur auf Twitch unterwegs. Heißt, ich streame auch derzeit nicht auf YouTube. Es ist einfach, weil es gibt Konfigur... Konfigur... Einfach, es ist schwer einzurichten. Also, wenn ihr Bock habt Mario Kart mitzufahren oder irgendetwas anderes auf der Switch mitzumachen, einfach auf Kart86 auf Twitch gehen. Der Link ist auch noch mal in der Videobeschreibung. Aber ihr seht es ja, mein Kanalname hat sich hier komplett auch schon geändert. Wird mich freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.